Chiasamen sind für ihre vielen gesundheitlichen Vorteile bekannt. Darunter die Vorbeugung von chronischen, nicht übertragbaren Krankheiten, die Kontrolle des Blutzuckerspiegels, die Linderung von Verstopfung, die Förderung der Gewichtsabnahme, die Unterstützung des Muskelaufbaus und die Vorbeugung vorzeitiger Alterung. Doch wie bei jedem Lebensmittel kann der übermäßige Verzehr von Chiasamen zu einigen Nebenwirkungen führen. Hier sind die wichtigsten, die du unbedingt kennen solltest. Nummer 1 Verdauungsprobleme Eine der häufigsten Nebenwirkungen von übermäßigem Chiasamenkonsum sind Magen-Darm-Beschwerden. Chiasamen können das Vielfache ihres Eigengewichts an Flüssigkeit aufnehmen. Deshalb ist es enorm wichtig, dass besonders viel Wasser getrunken wird. Solltest du das missachten, kann Verstopfung die Folge sein. Einige Menschen mit empfindlichem Magen reagieren bei Chiasamen generell häufiger mit Blähungen, Völlegefühl und Bauchschmerzen. Nummer 2 Allergien Jedes Lebensmittel kann eine allergische Reaktion auslösen. So kann es auch nach dem Verzehr von Chiasamen zu typischen Symptomen wie Magen-Darm-Beschwerden, Juckreiz und Schwellung kommen. Die Chia-Pflanze gehört zur Familie der Lippenblütler, zu der unter anderem auch Minze, Rosmarin und Salbeizielen. Hattest du bei diesen Kräutern bereits eine allergische Reaktion, ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass du auch gegen Chiasamen allergisch bist. Und Nummer 3 Wechselwirkung mit Medikamenten Menschen, die geringungshemmende Mittel, andere Herzmedikamente oder Diabetesmedikamente einnehmen, sollten vor dem Verzehr von Chiasamen ihren Arzt befragen. Der Grund dafür ist, dass Chiasamen mit diesen Medikamenten in Wechselwirkung treten können, was zu unerwünschten Nebenwirkungen führen kann. Chiasamen senken den Blutdruck und wirken aufgrund ihres hohen Anteils an Omega-3-Fettsäuren wie ein natürlicher Blutverdünner. Diese Nebenwirkungen treten meistens nur bei übermäßigem Verzehr von Chiasamen auf. Nimmst du sie in normalem Maße zu dir und ernährst dich darüber hinaus ausgewogen, brauchst du in der Regel keine gesundheitlichen Probleme befürchten. Aber wie kannst du Chiasamen überhaupt einnehmen? Da sie sehr neutral schmecken und keinen besonderen Eigengeschmack aufweisen, kannst du sie fast überall anwenden. Viele Menschen streuen Chiasamen über ihr Müsli oder geben sie in den Smoothie. Sie schmecken allerdings auch in einer herzhaften Suppe oder im Salat. Das wohl bekannteste Rezept ist, Chia-Pudding. In diesem Fall werden Chiasamen mit Wasser und Milch aufgekocht und dazu gibt es frische Früchte. Möchtest du jetzt noch wissen, welche Siegengewohnheiten deine Nieren zerstören, ohne dass du es weißt? Dann klicke jetzt auf das Bild, welches du im Video siehst, denn dort zeigen wir es dir.